Das ist ja der Herwett. 18 bis 19 bis 19 bis 19. Grüßgut. Grüßgut. Haben Sie ihn auch gekannt? Haben Sie ihn auch gekannt? Nein. Ach so. Wo steh'n Sie dann da bei seinem Grab? Ich steh' da wegen meiner Frau. Die liegt da begraben. Wo's bei ihm? Nein. Wo steh'n Sie dann bei ihm? Ich hab' Alzheimer. Ich find' das Grab von meiner Frau nimmer. Ach so, Beileid. Beileid? Wegen meiner Frau? Nein, Sie wegen dem Alzheimer. Danke. Ihre Frau kannte ich nicht, aber der Alzheimer sagt mir was. Beileid. Sie seien Sie auch aus dem Heim dort? Ja. Ja. Ja, schön. Sie, um 15 Uhr fangt das Bingo an. Gehen Sie auch dort hin? Das Bingo kann mich am Pass schlecken. Der Herbert. Ach. Grüß Gott. Grüß Gott. Haben Sie ihn auch gekannt? Nein, nein. Was steh'n Sie dann da bei seinem Grab? Ich steh' da wegen meiner Frau. Die liegt da begraben. Ach so. Was, bei ihm? Nein. Ja, was steh'n Sie dann bei ihm? Ich hab' Alzheimer. Ich find' das Grab von meiner Frau nicht mehr. Na ja. Ach so, Beileid. Beileid? Wegen meiner Frau? Nein, Sie wegen dem Alzheimer. Danke. Ihre Frau kannte ich nicht, aber der Alzheimer sagt mir was. Sind Sie auch aus dem Heim dort? Ja, ja. Schönen Sie, um 15 Uhr fangt das Bingo an. Gehen Sie auch dort hin? Das Bingo kann mich am Pass schlecken. Was machen Sie denn an Stotten von dem Bingo? Ich hab' jetzt einen Internetanschluss gekriegt. Tut das weh? Nein. Für was brauchen Sie denn einen Internetanschluss? Ich versteh' Sie nicht. Sie sind so weit von mir weg und mein Hörgerät ist in der Reparatur. Ah, ist Ihnen runtergefallen? Passiert mir auch immer, gell? Ja. Nein, nein, nein. Ich hab' immer die Mobile reingekriegt. Und jetzt lassen Sie es reparieren? Nein. Nein, ich lass' mir eine Mailbox installieren. Da können dann die Leute auch mit mir sprechen, wenn ich schlaf' mit meinem Hörgerät nämlich. Und sollte der Fall eintreten, dass ich doch wieder noch einmal aufwach', dann höre ich's einfach ab. Ja. Ja, du hätt' auch einen festen Bausch. Hat der Herbert. Grüß Gott. Grüß Gott, grüß Gott. Sie sind ja mit dem Internetanschluss, gell? Sie waren vorher auch schon mal da. Ach so, ja, ja, ja. Für was brauchen Sie denn jetzt einen Internetanschluss? Ich will nicht zum alten Eisen gehören. Ja, Sie, wer will das schon, wer will das schon? Ich hab' sogar eine Homepage. Ah, da ist noch her. Weh, 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 Heimhilfe, komm! Und kommt's? Nein. Ja, warum nicht? Weil ich dauernd dieses Passwort für den Computer vergesse. Ich komm' da nimmer rein. Ja, aber warum nehmen Sie sich nicht eins, das wir alten nicht vergessen können? Sagen Sie mir doch ein Wort, das ich nicht vergessen kann. Ich wüsste was. Ja? Ja? Alzheimer. Ja, danke! Das ist ja kolossal! Ja, wenn er nicht nachdenkt, funktioniert das nicht. Ja, ja, ja. Kolossal! Grüß Gott! Grüß Gott! Grüß Gott! Das ist ja auch gekannt! Na, Sie, was sind wir nicht, was Sie da tun? Ach so? Na ja, dann geh' immer. Ja, okay. Grüß Gott! Grüß Gott!